Du warst doch genau so. Wurde gesagt, als scheiß Glowker oder was? Nee, bei mir ist ja auch so ein Trupp raus, da warst du auch mit dabei. Das darfst du natürlich, ne? Ja, Alter, manchmal muss ich mir so pengen einkriegen. Na? Ja, ist weg, und ich brauche mich nicht weiter zu werben. Richtig. W-I-C-H. Oh, mach ich's sonst einfach? Oder gehe ich da hinten? Welche Seite habe ich denn überhaupt? W-I-C-H. Mach's von oben Blackout oder von unten nachher? Von unten. Versuch mal von oben. Weil wenn du jetzt von unten machst, dann können die dich vorher erwischen. Theoretisch. Alles von oben. Ich blitz jetzt eh vor, ich blitz vorher am Punkt rein, jetzt schon mal. Ich renne ja mit der Ballistik-Zio drum. Ja, ist mir doch egal. H-I-C-H. Hauptsache erwählen, verstehst du? Ja, Hauptsache erwählen nochmal, damit dass er die hat. H-I-C-H He-He-He-He-He-He-He-He-He-He-H. Der ist so ein sterb wal chopper,.. Du bist so als Sterbenhage geil, Alter, heute... So irrelich. H-He-He-He-Heuner da raus. Geh hier einen noch Cornellкомpunkt! Ich muss gleich gehen... ich muss, ich down可能ue nehmen mich. Vor deutlich lange mache ich den Spe קper? Fin Kingdom. Ey, ich bin dauernd, guck mal, mein Blackout gar nicht durch. Ihr Wichser! Ihr Wichser! Da ist noch einer! Sind sie drin. Deswegen meinte ich, einen Blackout später setzen, nicht sofort. Die hauen ja nach hinten ab. Die sind alle bei uns vorne. Muss warten, bis die wirklich alle unten um Punkt sind oder irgendwas starten. Das gibt richtig Punkte dann. Plötzlich pro Treffer. Ja. Ja. Wenn du da noch, wenn du die Fähigkeit, genau, dann kriegst du hundert Punkt deaktivieren. Warte, ich komm um Punkt, ich komm um Punkt, ich komm um Punkt. Boah, die kommen jetzt alle, wa? Was macht der da vorne? Ringe Nade. Guck nochmal hoch. Guck hoch! Ich denke, hast du ne Nade, die du hinwerfen kannst? Ne, gut. Ja. Juhu! YOLO! Einfach mal machen. Ist so. Ja, die haben sich aber nicht getraut, da den Kopf rauszustrecken, Mann. Die haben vier Leute auch, oder? Ne, die sind lange auch in der Ecke, dass wenn die gekuschelt hätten. Wo ist einer auf dem Punkt? Ich weiß. Ah, ich bin weg oben. Ja, kommt da einer? Ne, ne? Ne, ne, die haben mich drüben gekillt. Ich komm mit dem Blackout von oben. Lass mich bloß oben auf. Äh, oben. Warte, 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 warte. Eroberungsunterschutzung? Ja, wir landen da behindern. Bleckt mich. Den behindern, ich habe ja jetzt rum. Fuck. Ja, und sich. Nein. 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 Wie ist denn jetzt denn noch der Mixer? Hast du erwischt? Ja, okay, Mann. Die stehen da alle. Einer mehr am Punkt, ey. Da ist one more point. Ich könnte jetzt blitzen, aber ich... Ja. Hätte klappen können. Cold Meat steht da, ey. Ja, na klar, Junge. Mit deiner Peniswache. Guys, we need more on point. Not all up. Come on. Komm mir alle oben. Ich bin auf der Seite. Kommt dann... Kommt ein... Er ist heat, ne? Oh. Ich will erstmal wieder an. Fick dich, fick dich. Ah. Oben, eventuell. Nein! What the fuck? Ah, lebt mich. Alter Pube, ey. Komm, äh, wieder hier oben, oder? Wie wollt ihr sagen? Was? Meinst du, immer ein Blackout ist gleich wieder aufzuladen? Guck mal, es sind ja zwei im Punkt. Warte noch ein bisschen oben. Ey, ich werd hier hinten schon gescannt, Alter. Jetzt macht ein Blackout, guck mal. Jetzt, ja, jetzt. Jetzt. Ich hab ihn noch nicht fertig. Der, die kommen rüber. Der, der wird gekrissen. Hehehe. Alpha lost. Securing Alpha. Ach, Mann. Da steht hinten einer. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Das ist weg. Hm. Hm. Guck, ist aufwärts. Hm. Toll, ich krieg wieder nix ab hier, ey. Ich püffel hier wieder irgendwo rum, ey. Ich will nur einen Achkelschuss verpassen. Waaaaaah. Supergeil. Oh, du steckn. Wie lange ist das? Es brechen, Eckhal. Dünn. Ne, jetzt steck. Ich will es. Ich weiß nicht, wo. Start. Abatsch, rechts um die Ecke. Aaaaaah, von oben. Warte langsang. Nein, 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 nein. Das ist... Boah, roll ich. Ultraleitschwing sofort. Ich hab Schuppe. Warte langsang. Jetzt noch's. Warte langsang. Warte langsang. Jaa, natürlich Coldmeat. Aus dem Stand da hinten, oder was? Die sind bei uns auf der Seite. Ey, für sowas brauchen wir Blackout noch. Ah, fuck man. Ich geh jetzt auf. Ich geh jetzt auf. Ich geh jetzt einfach nicht auf den B. Warte langsang. Ist das Blackout oben wirklich? Warte langsang. Ich war tot. Jaa. Und der Blitz kam. Alle tot. Ich könnte jetzt versuchen mal über B-Halt zu gehen, oder so. Aber die werden schon oben bei uns stehen, glaube ich. Jaja. Du bist schon Schatz frei. Warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal. Ja, komm her, du Wichse. Ich bin hinter dir. ñ Soll ich wegaustasten? Ich geh mitm. WTF? Die warten die alle auf mich? Ja oder nicht, no, schein gesagt. Wir halten. Wir halten. Zwei. Wo ist der? Ah der wartet hier unten! An der Treppe. Kommt jetzt hoch. Hauptsache geht's im Punkt. Ich bin tot. Ei, ich bin Supporter echt nicht mehr oben. Kommt er von oben. Dann komm her mit der Black-Up. Ich stehe noch alle da weiter oben, das ist der Hammer. Kannst du mir sagen, wenn der Punkt vorlockt? Ja, siehst du. Wie denn? Guck doch mal oben rechts, was steht da? Ha! Okay. Der Hammer! Ich treff den nicht! Und? Und wieder alle tot auf dem Punkt. Behind? Ach nein, da passt der tatsächlich auf oder was? Aaaaahhhhhh! Der ist behind bei uns, Alter! Der sieht das nicht! Auflaufen! Ich kann ja alleine nichts warten. Ich stehe da nur in Warten auf mich. Wo brennst du denn rum? Oh, die ganze Zeit! Die ist fertig! Alles! Hehehe! Das war schön in YOLO geladet! Das war mit von denen! Ja! Die hat ja! Das war noch einer. Pass auf, ich pass auf über dir. Ich bin da keine Eroberung, Alter. Wir machen die Arbeit und die sterben. Wir wissen, dass ich hier will. Warte, ich krieg vom Geist, sind sie auch da jetzt. Ist er weg? Ah, was war das denn? Das wird scheiß Bug. Ach, kommt nimmer weg, ey. Okay. Cold meat, Alter. Ich glaube, es ist stark. Ich gucke, du. Wo guckst du hinter? Nach links? Oh, what the fuck. What the fuck, what the fuck? Blitz! 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 Ja, ja. Hat er dich nicht geholt? Doch, aber ich bin aufgestanden. Zwei Leute sind oben. Zwei Leute oben. Was heißt oben? Bei uns? Ja, oben auf dem Vandell. Kommt die behind. Eventuell. Eventuell. Scheiße, Mann. Blitz! Blitz! Da noch einer! Ja. Dieser Blackett, ne? Der hat ein 2 zu 7 und brüllt rum, oder wat? Ja, echt. Blackett, shut up! You are the last boy, man. Oh. Securing Alpha. Device ready. Der Device is not ready. Oh man da. Hinten, an den, an den Dingern da. Ich hab denen hier schön Devices geklaut. Gerade eben. Da. No no no. Oh ne Device. Verswicht mich. Komm her hier. Die kommen über oben. Die Fresse, ey. Fuck! Was? win. Oh, no. Die Devices geklaut. Da kommen sie mit Eggers. Der Coltnit, Alter. Außenstand mit der Waffe. Haha, wir getissenen Penis. Haha, nicht mit dem Chief, Alter. Da verlierst du. Haha, saugein. Ey, really, guys, ey. Alpha lost. Ich hab mich tot. Ich hab keine Ahnung, wo die stehen im Kopf. Pass auf, ich hab ne Nate geworfen. Einen hab ich. Zwei hab ich. Zwei hab ich. Kommt er behind? Nee. Ah, hier hast du die Geräte. Huh? Guys, come on point. Ah, fuck you, Alter. Ich hab schon wieder geblieben, aber... Gut zu denken, Alter. Na, Alter. Ich will OP, Mann. Ich zieh mich ein bisschen zurück. Einer ist oben, ne? Vorsicht. Einer ist oben. Einer ist oben. Ich hab hier oben im Blick. Falls die hier runterschießen, oder wo. Ich guck nach da. Ja, hier ist auch da. Du Freundchen. Fick dich, du Pole, Alter. In den Darm. Schmack hoch, Alter. Why are you using heat on this position? Jump here. Kofis. Was ist das denn? Ja. Der kann nicht so decken. Der kann nicht so krass. Nee. Come on point. Tuck down. Ich bin wieder alleine, Mann. Nee, halt. Don't. Alter, tun sie schon wieder. Nein, really, guys. Come on. Yolo Nate. Das war geil. Boah, Alter. Was hat der dich? Der war der schossen. Der war der schossen. Ich bin down. Einer nicht. Erste Runde war doch noch. Da sitzt noch einer. Alter, der Ben, Junge. Läuft bei dir. Guck mal den unten drunter. 24, 9, 15, 18, 10. Alter, was ist das? Und dann kommt nix mehr gescheits. Hey, ihr habt die ganze Drecksarbeit da oben gemacht. Aber jetzt kann ich schön auf meine Glitchposition gehen. Du wartest jetzt, Batscha, auf das Blackout. Warte ein bisschen, bis wirklich viele drinnen sind. Cap einfach da oben hinter dem Holzteil da, weißt du? Da. Da vorne kennen. Ich hab da nicht geblitzt. Ja. Mensch, hast du ausnahmsweise mal Blitzschirmpunkt? Cool, ne? Ja, ne? Läuft bei dir. Geh weg, das ist meine Position. Ausnahme. Den misch ich jetzt so. Okay, hier ist ein Blitzer. Was? Wo kommt der denn her? Alter! Wo ist der hin? Tot. Alle kommen runter. Juhu! Junge, Fickster. Ach komm, da ist noch einer. Gefistet, du Penner. Kommt der Eggles hinten. Und den, unten. Nix da, Kollege Schnürschuh. Einer ist nach oben. Gimm jetzt mal Heat. Wir sind Alpha. Hat Jasser im Backort schon gestartet? Nö. Das ist nett. Ich hab grad da unten kommt Eggles, hab ich gesagt. Renn rein, renn rein ein bisschen. Bisschen zum Grunde jetzt auf dem Gebiet. Und? Ich hab' den nicht erwischt. Ich hab' den nicht erwischt. Links, aber noch eins. Ey, der klappt nicht. Waaaah! Die haben mich nicht erwischt. Der links ist weg, Jagger. Ja, ja. Du bist der nächste? Weiß ich nicht. Kein Spanual. Müsste ich mal kurz, mindestens 20 Sekunden gedulden. Ich bin direkt vor dir da. Ich hab' die Vision durch. Der andere war auch wieder da. So, da ist war einer. Geh weg, denn guck da guck ich nach. Renn, du im Kopf rein. Ja, ich leg dich nur raus. Guck nach oben. Guck du nach oben. Ich guck nach da. Hab' sich selbst nicht gesagt. Ja, ich bin tot. Ach, warum komm' ich denn dann dauernd auf diese Taste hier? Ach, warum komm' ich denn dann dauernd auf diese Taste hier? Pass auf! Gibt da Regen. Ich hab' gerade oben geguckt. Dauert nicht mehr lang, dann hab' ich wieder Blackout richtig. Ja, ja. Alter, ich bin heute der Blitzkiller. Was ist los mit mir? T establishment nebenher kommen zurück Come on and to theleader Dad, wisst ihr mich hier, oder was? Floca hab' ich oben gehört. Nein! Nein, 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 nein! Dann. Der Floca ist oben. Floca, kommen hinter uns. Floca, kommen hinter uns. Next up my goal so block. Ne, der ist runtergesprungen auch. Ordner geht nicht auf dem Weg, da hat mal Dings geklaut. Floca vsГ sz Xu� proprio. Und da noch? Noch? Ja? Kommt in irgendein Eggers. Ich hab keine Fähigkeit mehr. Noch ein Blackout, aber wollt ihr mich verarschen? Ob das so schön ist hier? Der Blackout hat noch gewählt. Schau mal guter Pinker, was ist los? Ja, gerade schon. Mein Cousin bestimmt wieder heute. Ich hab keine Fähigkeit mehr. Ich hab keine Fähigkeit mehr.